In diesem Video schauen wir wieder in die Standardbibliothek und schauen uns Funktionen für Arrays und Zeichenketten an. Die Funktionen für Arrays finden Sie in der Header-Datei string.h und die können Sie wie üblich über include einfach einbinden. Und da gibt es zum Beispiel zwei Kopierfunktionen memCopy und memMove. memCopy kennen Sie schon, das haben wir benutzt um Arrays zu kopieren und memMove ist eine Variante davon. memMove erlaubt es tatsächlich, dass die Speicherbereiche von Destination und Source sich überlappen. Das ist bei memCopy nicht erlaubt, bei memMove ist das erlaubt. Das braucht man gelegentlich mal, dass man Speicherbereiche hat, die sich überlappen und die müssen dann entsprechend trotzdem kopierbar sein. Und dafür benutzt man dann entsprechend memMove. Ja und das ist für alle anderen Arrays außer Strings auch anwendbar. Das sind also ganz generische Funktionen für Arrays. Beachten Sie aber, dass memCopy nicht das String Endezeichen Backstage 0 beachtet. Ja, hier wird tatsächlich der eine Speicher in den anderen Speicher rüber kopiert. Ja und unten haben wir so ein Beispiel, da sind zwei Strings. Hamburg ist eine tolle Stadt und Bottrop ist der zweite String. Und jetzt wird Text 2 auf Text 1 kopiert, allerdings nur die ersten 7 Byte. Und ja, was dabei rauskommt dann bei der Ausgabe, können Sie sich ja dann überlegen. Dann gibt es die Funktion für Zeichenketten. Ja, das heißt die ersten, die wir gerade hatten, die waren wirklich spezifisch für Arrays. Die haben ganze Speicherbereiche kopiert. Es gibt aber speziell für Strings eigene Funktionen und die sind tatsächlich dann auch interessanter, wenn man mit Strings arbeitet. Da gibt es einerseits StringCopy, strcpy und das kopiert den im zweiten Parameter angegebenen String in den als ersten Parameter angegebenen String. Ja und zwar inklusive abschließendem 0 Byte. Und ja, der wird keine Größe angegeben, wie bei diesen generischen Array-Funktionen, sondern diese Kopierfunktion endet einfach bei dem 0 Byte. Und es gibt noch eine zweite Variante davon, das StrNCPY. Das ist einfach eine Sicherheitsmaßnahme. Da gibt es noch einen weiteren Parameter und der sagt, wie viele Zeichen maximal kopiert werden sollen, damit entsprechend kein Speicher unzulässig überschrieben wird. Ja und da unten haben wir so ein Beispiel. Wir haben den Text1 und den Text2. Das sind beides Character Arrays, die Strings enthalten mit maximal 100 Zeichen. Und jetzt wird Text1 in Text2 kopiert über StringCopy. Und die Ausgabe entspricht dann dem, was wir darüber kopiert haben, nämlich C-Programmieren macht Spaß. Das heißt, dieser Text1 wurde in Text2 rüber kopiert und Text2 beinhaltet dann diesen anderen String. Aber wie gesagt, diese StringCopy-Funktion endet an diesem 0 Byte. Also mehr wird entsprechend nicht rüber kopiert. Und das ist der Unterschied zu den anderen MemCopy und MemMove. Dann will man gelegentlich Zeichenketten aneinander hängen. Dafür gibt es StringCat. Das Cat ist die Abkürzung für Concatenation oder Konkatenierung. Das hängt einen String hinten an Destination dran. Und auch hier gibt es wieder eine Variante, wo noch so ein Parameter N übergeben wird, um dann die maximale Anzahl der Zeichen zu begrenzen. Wichtig ist natürlich, man muss dann in dem Destination Array genug Platz haben, um diesen anderen String aufzunehmen. Ja, also hier haben wir so ein Beispiel unten. Text1 heißt Bottrop ist eine tolle Stadt. Text2 enthält den String und hat eine tolle Hochschule. Und dieser Text2 wird jetzt an Text1 drangehängt. Und wenn ich das dann entsprechend ausgebe, steht in Text1 drin, Bottrop ist eine tolle Stadt und hat eine tolle Hochschule. Dann gibt es noch Vergleichsfunktionen. Wir haben MemCMP kennengelernt in einem vorherigen Video. Das Ganze gibt es auch für Strings. StrCMP vergleicht zwei Strings miteinander. Das führt den Vergleich also so lange durch, bis es jeweils bei einem 0-Byte gelandet ist. Und zwei Strings sind gleich, wenn die Strings gleich sind, wird 0 zurückgegeben. Ist S1 alphabetisch vor S2, wird ein negativer Wert zurückgegeben. Und ist S1 nach S2 im Alphabet oder wenn man so will im Telefonbuch, dann wird ein positiver Wert zurückgegeben. Auch dafür gibt es eine Variante mit dem Parameter N, also StrNCMP. Und es gibt auch das MemCMP, das hatten wir schon im vorherigen Video. Das vergleicht nicht Strings miteinander, sondern beliebige Arrays mit einer beliebigen Größe. Also MemCMP vergleicht Speicherbereiche, StrCMP vergleicht Strings. Ja, hier mal so ein Beispiel. Also es werden zwei Strings eingegeben mit ScanF. Die werden dann verglichen und das Ergebnis dieses Vergleichs wird dann entsprechend auf der Konsole ausgegeben. Dann gibt es Suchfunktionen. Gelegentlich hat man mal ein String gegeben und sucht etwas darin. Da gibt es zunächst einmal strchr, bekommt ein String übergeben und ein Zeichen, nach dem man sucht. Und zurückgegeben wird der Zeiger auf das erste oder letzte Auftreten von C in S. Also wenn ich ein String habe und dann ein Zeichen übergebe und es wird nicht gefunden, kriege ich 0 zurück. Also 0 Zeiger oder die Zahl 0. Ansonsten kriege ich die Speicheradresse des ersten Auftretens. Es gibt noch eine Variante strchr, das r steht für reverse, dann wird von hinten gesucht, also das letzte Auftreten wird gesucht. Und dann gibt es noch eine Funktion, mit der ich nach mehreren Zeichen gleichzeitig suchen kann. Das ist das strpbrk. Da wird also auf das erste Auftreten eines Zeichens aus accept gesucht. Und ich kann auch einen String in einem String suchen. Das ist strstr. Da ist der erste Parameter der String, in dem ich suche. Und der zweite ist das, wonach ich suche. Und das zeigt eben, zurückbekomme ich dann Zeiger auf das erste Auftreten von diesem zweiten Parameter in dem ersten String. String oder eben null oder null, wenn dieser String nicht gefunden wurde. Ja, und da unten hat man ein entsprechendes Beispiel. Also, da ist ein String, heute ist ein toller Tag. str2 ist dann der Zeiger auf das erste Vorkommen des Wortes ein in dem String str1. Und das wird dann entsprechend ausgegeben. Wichtige Funktion beim Umgang mit Strings ist eine Längenbestimmung. Leider kann, ich hatte ja schon erwähnt, in C sind Strings Character Arrays. Und ich kann jetzt so ein String nicht direkt fragen, wie lang er ist. Im Gegensatz beispielsweise zu Java, da kann ich auch ein String einfach nach der Größe fragen, weil es sich um ein Objekt handelt. In C kann ich dafür aber die Funktion strLängen aufrufen. Der übergebe ich ein String und ich bekomme die Anzahl der Zeichen zurückgeliefert. Also, wenn ich Hallo übergebe, bekomme ich entsprechend die Zahl 5 übergeben. Dann gibt es hier noch so eine generische Funktion für Arrays, Memset. Memset setzt einen ganzen Speicherbereich auf einen bestimmten Wert. Ich übergebe dem Zeiger dann den Wert, den ich setzen will und die Größe des Speicherbereichs. Memset kann zum Beispiel interessant sein, wenn ich sage, ich möchte sicher sein, dass ein Array komplett mit 0 initialisiert ist. Dann übergebe ich als ersten Parameter das Array, also den Zeiger, auf das erste Element. Als zweiten Parameter die 0 und als dritten Parameter die Gesamtgröße des Arrays, also Size auf Datentyp mal Anzahl der Elemente. Es gibt auch weitere Funktionen in diesem Standard, in diesem String.h. Schauen Sie sich das einfach mal an. Einfach mal googeln oder irgendwie im Netz suchen oder die gängige Literatur durchforsten. Es gibt also ganz viele noch weitere Funktionen, die gut dokumentiert sind. Werfen wir nochmal einen Blick auf die Ein- und Ausgabe. Das hatten wir uns schon mal angeschaut. Also es gibt Put S, um eine Zeichenkette auf den Bildschirm auszugeben, inklusive einem Zeilenumbruch, der danach folgt. Und es gibt Get S, um eine Zeichenkette einzulesen und in einem String zu speichern. Und das Return der Eingabe, also wirklich das drückende Enter-Taste, wird dann in ein 0-Byte umgewandelt. Aber Vorsicht, der eingegebene Text darf nicht länger sein, natürlich als das Array S Speicher hat. Sonst habe ich ein Speicherproblem. Und deswegen verwendet man Get S in der Regel nicht, sondern man benutzt die Funktion FGet S. Die ist so ein bisschen generischer, die kann mehr. Die kann also nicht nur Tastatur eingeben, sondern auch aus Dateien lesen. Wie man das macht, lernen wir auf jeden Fall später noch. Aber wenn man FGet S benutzen will für die Eingabe auf der Tastatur, dann benutzt man für diesen letzten Parameter einfach STD-In, also die Standardeingabe. Wie gesagt, Details dazu folgen noch später. Als Size die maximale Größe, die eingelesen werden soll. Und dann als ersten Parameter den String. Wenn man jetzt Enter drückt bei der Eingabe, bleibt das Backslash N auch erhalten und am Ende wird noch ein 0-Byte hinzugefügt. Das liest also bis zum Zeilenumbruch aber maximal Size minus 1 Zeichen, sodass das Ganze dann entsprechend in das Array reinpasst. Hier hat man das Ganze mal in Aktion. Hier wird ein Character Array STR definiert. Der Nutzer oder die Nutzerin wird aufgefordert, einen Text einzugeben und das passiert dann mit FGet S. Erster Parameter ist das Array, wo es reingeschrieben wird. Zweiter Parameter die Größe des Arrays. Im Gegensatz zu Scan F haben wir jetzt nicht ein Zeichen abziehen müssen, sondern wir können da die 100 angeben. Und als dritter Parameter wird dann der Standardeingabe-Kanal STD-In angegeben. Ja, und in diesem Beispiel wird jetzt noch die Länge bestimmt. Dann wird jedes Zeichen in Großbestaben umgewandelt und das Ganze entsprechend ausgegeben. So, und dann kann ich noch formatiert in Strings schreiben. Wir kennen ja printf. printf gibt etwas formatiert auf dem Bildschirm aus. Es gibt aber noch sprintf. Damit kann ich die Formatierung in einen String umleiten. Es wird also nicht auf dem Bildschirm ausgegeben, sondern in einen String geschrieben. Und das sieht man hier unten. Wir haben also hier ein Character Array S mit 64 Zeichen deklariert. Und in dieses Array, in diesen Strings schreiben wir jetzt so eine formatierte Ausgabe rein. Das heißt, in diesem String S steht jetzt 012, Leerzeichen 1.12. Und jetzt haben wir das hier in dem String und dann können wir mit dem String arbeiten und den zum Beispiel hier ganz normal über printf ausgeben. Kann interessant sein, wenn man mit dem String noch andere Dinge tut, wie den String in der Datei zu speichern oder an einen Web-Server zu schicken und so weiter. Ja, und was man auch relativ oft benötigt, ist die Umwandlung von Zeichenketten in Zahlen. Nehmen wir mal an, Sie haben etwas aus einer Datei gelesen und jetzt haben Sie eine Zahl als String, aber Sie wollen damit rechnen. Dann müssen Sie das natürlich umwandeln. Und dafür gibt es so Sachen wie A2I, also Alphanumeric to Integer oder A2L, Alphanumeric to Long oder STRTOL. Damit kann man eben Zeichenketten in Ganzzahlen umwandeln. Das Ganze gibt es auch für Gleitkommazahlen A2F, Alphanumeric to Float und so weiter. Also hier haben Sie die Möglichkeit, Strings in Zeichen entsprechend in den Zahlen umzuwandeln und für den umgekehrten Weg, um jetzt Zahlen in Strings umzuwandeln, können Sie zum Beispiel sprintf entsprechend benutzen. Okay, und das war jetzt nochmal ein Blick in die Standardbibliothek von C, speziell für Arrays und Strings. Wie gesagt, machen Sie mal eine Netzsuche, schauen Sie mal in die Referenzen rein. Da gibt es noch sehr viel detailliertere Beschreibungen all dieser Funktionen. Diese Funktionen sind eben im Alltag extrem sinnvoll und sparen einem einfach das Schreiben diverser Schleifen. Also nutzen Sie die Standardbibliothek, wo Sie nur können.